dp audiobooks präsentiert ihr seid schuldig geschrieben von david seinsche gelesen von moritz brändel wir wünschen viel freude beim hören prolog in der verhandlung des falles der staat gegen jacob mason wird heute das schlussplädoyer erwartet sprach die reporterin in ihr mikrofon danach wird sich die jury zur beratung zurückziehen zum momentanen stand ist davon auszugehen dass mason in allen punkten schuldig gesprochen und zur höchststrafe verurteilt werden wird die frau die an diesem sonnigen tag vor dem new yorker gerichtsgebäude stand und in eine tragbare kamera sprach hieß sharon powers und war seit bald fünf jahren als berichterstatterin tätig gemeinsam mit ihr hatten sich noch einige weitere nachrichtenteams eingefunden um live für ihre jeweiligen sender zu berichten im hintergrund befanden sich viele schaulustige die den prozess über die vergangenen wochen mal mehr mal weniger intensiv verfolgt hatten jacob j mason 43 jahre alt war seit seiner verhaftung vor einigen monaten das hauptthema in allen regionalen und überregionalen medien gewesen denn zumindest laut der new yorker staatsanwaltschaft war er vernachweislich mindestens drei vergewaltigungen verantwortlich während sich zwei seiner opfer derzeit in psychiatrischer behandlung befanden hatte das dritte opfer einen drastischeren weg gewählt und sich in aller öffentlichkeit mit einem küchenmesser die pulsadern aufgeschnitten ihr tod hatte eine welle der entrüstung in der größten stadt der vereinigten staaten losgetreten und nicht wenige hatten für mason die todesstrafe gefordert der amtierende bürgermeister der metropole ein parteiloser mann namens steven watney hatte sich ebenfalls öffentlich geäußert und gefordert dass die justiz volle härte zeigen müsse um etwaige nachahmer fernzuhalten daraufhin hatten sich einige kritiker zu wort gemeldet und erklärt dass watney ihrer meinung nach viel mehr für die prävention tun müsse anstatt jetzt einen sündenbock für seine verfehlte politik zu suchen alles in allem war die stimmung in new york sehr angespannt da kommt er erklärte die reporterin schob sich eine strähne ihres blondierten haares aus der stirn und wies mit der freien hand auf einen gepanzerten wagen der soeben langsam die straße herunterfuhr und nur wenige meter vor dem haupteingang des gerichtsgebäudes zum stehen kam der kameramann schwenkte herum und fokussierte das fahrzeug aus denen nun zwei schwer bewaffnete polizisten stiegen bevor der angeklagte folgte die hände und füße gefesselt nachdem die beiden bewaffneten den mann in empfang genommen hatten stiegen noch zwei weitere beamte aus als sie mason in ihre mitte genommen hatten gingen sie die extra abgesperrte und mit weiteren polizisten gesicherte gasse entlang und dann die marmorierten stufen zum hauptportal der justizhalle hinauf schaulustige aus allen richtungen drängten sich so weit wie möglich heran um einen blick auf mason zu erhaschen und fotos für die sozialen medien machen zu können einige der versammelten brüllten lautstarke parolen in denen die sofortige exekution des gefesselten gefordert wurde mason selbst blickte stuisch vor sich auf den boden und schien die ihn umgebende menschenmasse nicht einmal wahrzunehmen am oberen treppenabsatz angekommen blickte er kurz zur statur der justizia hinauf schon seit vielen jahrzehnten stand diese reglos auf ihrem sockel die augen verbunden in der einen hand eine waage und in der anderen ein schwert haltend er betrachtete die statur für einige sekunden als würde er einen stummen dialog mit ihr führen bevor er von den beamten weiter geschoben und in das innere des gebäudes gebracht wurde dort wandten sie sich einer breiten gewundenen treppe zu die sie in den im obergeschoss befindlichen saal nummer vier leitete dort wo die hauptverhandlung stattfand war es heute in erwartung des schlussplädoyers gerammelt voll obwohl die verhandlung öffentlich war waren so gut wie alle sitze mit pressevertretern besetzt und an den seiten und im mittelgang hatte sich eine riege polizisten postiert um für ein höchstmaß an sicherheit zu sorgen schließlich war es in der vergangenheit bereits mehrfach vorgekommen dass jemand geistig fehlgeleitetes das gesetz in die eigene hand genommen und versucht hatte die angeklagten zu ermorden in den beiden vordersten sitzreihen hatten sich angehörige der opfer eingefunden und beobachteten das geschehen sie hofften heute gerechtigkeit zu erfahren wie sharon powers bereits ausgeführt hatte wurde aufgrund der beweislast allgemein damit gerechnet dass der fall klar war und die jury noch am selben tag das urteil verkünden würde mason wurde von seinen bewachern nach vorn gebracht und auf seinen platz geschoben wo sich bereits sein anwalt peter wright niedergelassen hatte und konzentriert seine papiere sortierte als er mit seiner ordnung zufrieden zu sein schien neigte er sich zu mason hinüber die beiden tuschelten kurz miteinander bevor sich der verteidiger erneut seinen unterlagen widmete mason starrte derweil auf einen punkt etwa zwei meter vor sich erheben sie sich rief der gerichtsdiener ein fast 60 jähriger untersetzter mann mit lauter stimme die versammelten männer und frauen stellten umgehend ihre gedämpften unterhaltungen ein und folgten der aufforderung als der richter der verhandlung walter higgins den raum betrat in seinem gefolge traten die sieben hauptgeschworenen ein und begaben sich an ihre plätze einem eigens dafür eingerichteten bereich zur rechten des verhandlungsführers higgins war ein 53 jähriger mann und hatte in den über 20 jahren die er bereits als richter diente straftäter aller couleur verurteilt in fachkreisen galt er als harter aber fairer verhandlungsführer der sich weder von seinen persönlichen überzeugungen noch von seiner stimmung sondern ausschließlich von den geltenden gesetzen leiten ließ nehmen sie platz sagte er mit seiner sanften durch ein mikrofon verstärkten stimme in wenigen minuten werden wir die schlussplädoyers hören zuvor möchte ich aber sowohl der anklage als auch der verteidigung eine letzte möglichkeit geben beweise vorzulegen er fixierte über seine brille hinweg zuerst die vertreterin der staatsanwaltschaft ihren kopf allerdings verneinend schüttelte und warnte sich dann mason und dessen anwalt zu euer ehren sagte wright ich denke dass ich für uns alle spreche wenn ich darum bitte dass wir uns auf das wesentliche konzentrieren und das wäre wir können es alle kaum erwarten diese verhandlungen abzuschließen wir alle haben viel zeit investiert und möchten nach hause sie können jederzeit gehen wenn sie müde sind erwiderte higgins zufisant was ihm ein leises kichern aus dem zuhörerbereich einbrachte ich korrigiere meine wortwahl erklärte der anwalt geduldig ich für meinen teil könnte noch monate hier verbringen aber ich denke insbesondere an die ehrenwerten mitglieder der jury die sicher erschöpft sind und gerne nach hause zu ihren familien und ihrem geregelten leben möchten ihre fürsorge ist wahrlich rührend sagte der richter ironisch hervorsitzender wir wissen beide dass die staatsanwältin wie drücke ich es am besten aus sehr ausführliche plädoyers abgibt um zu vermeiden dass wir uns noch einmal vertagen müssen bitte ich daher darum keine neuen beweise mehr zuzulassen des weiteren ersuche ich um die erlaubnis als erster zu den geschworenen sprechen zu dürfen frau staatsanwältin haben sie einwände keine einwände euer ehren erklärte die frau deren auf ihrem pult platziertes namensschild sie als alexandra gunner auswies dann legen sie mal los mr wright wies higgins den jungen anwalt an wright stand auf strich über seinen ebenso teuren wie perfekt sitzenden anzug und betrat dann die freie fläche zwischen seinem und dem tisch des richters euer ehren setzte er mit erhabener stimme an verehrte geschworene ich werde mich kurz fassen denn während der verhandlung wurden bereits alle relevanten und einige nicht relevante dinge gesagt ich werde also nicht darauf eingehen dass die staatsanwaltschaft des öfteren verhältnisse dargelegt hat die den begriff beweis sehr weit dehnen und genauso oft haben sie einspruch eingelegt erinnerte der richter ihn und das aus gutem grund schließlich steht hier nicht nur die integrität meines mandanten sondern auch seine freiheit und sogar sein leben auf dem spiel so wurde zum beispiel erklärt dass der tragische tod von miss gordon direkt auf die ereignisse zurückzuführen sei wegen denen mein mandant angeklagt ist heute morgen erfuhr ich allerdings dass miss gordon schon vor der vermeintlichen vergewaltigung suizidale tendenzen aufwies sie war stark medikamentenabhängig ist das so fragte higgins ich habe einige dokumente die dies belegen und die ich im laufe der verhandlung vorgelegt habe erwiderte der anwalt sachlich außerdem möchte ich noch einmal in aller deutlichkeit betonen dass es keine eindeutigen beweise dafür gibt dass sich mein mandant zum zeitpunkt dieser ohne frage verurteilungswerten taten auch nur in der nähe der tatorte befunden hat dass sich die opfer als sie hier vor diesem ehrenwerten gericht ausgesagt haben nicht mehr an die genauen begebenheiten erinnern konnten geschweige denn daran wie ihr peiniger überhaupt aussah und sie sich obendrein nicht sicher waren ob es sich wirklich um einen mandanten gehandelt hat der ihnen dieses abscheuliche verbrechen angetan hat sprich doch wohl für sich ich darf sie daran erinnern dass bei den medizinischen untersuchungen sperma proben entnommen worden sind die eindeutig auf ihren mandanten zurückzuführen sind und ich darf ihnen im gegenzug ins gedächtnis rufen dass mr mason eiders statt genau und Vielen Dank.